Willkommen zu einem neuen Vlog Ach ja Leute, ich muss euch was sagen Dann ist meine Kamera Hey Leute, was geht? Ich bin's, ich bin's, ich bin's, ich bin's, ich bin's, willkommen zu einem neuen Vlog Ich mach das nie wieder Willkommen zu einem neuen Vlog Und ja, danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt Und hey, ja, ich bin jetzt offiziell back Es werden auf jeden Fall jetzt bald mehr Videos kommen Und ja, was ich heute vorhabe, ist, ich wollte ein bisschen rausgehen, Pennyboard fahren Mit dem Gegenlink, ich wollte auch andere Sachen machen, aber die werde ich nicht filmen Weil nicht alles gefilmt werden muss, du wirst Bescheid, manches muss man auch privat halten und so Aber ja, dann würde ich mal sagen, wir sehen uns bald wieder So Leute, wir sind jetzt bei dem lieben Link angekommen Und ja, ich würde mal sagen, wir cruisen ein bisschen mit dem Pennyboard rum Dann würde ich mal sagen, let's go You better turn up You better be there when I shake Watch me rockin' if I can't stop If I should fall, just go ahead Go and catch me, baby Ooh, I love it Ooh, I love it That's right, true, 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 true to all Ooh, I love it Crank it up, yeah, yeah, yeah Turn it up, turn it up On a higher level Turn it up, turn it up Bring it down like this Ooh, I love it Ooh, I love it Mein Board hat sich in den Schleifen verhaut Achso, okay Das hat mir noch wehgetan Okay, Leute Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du Board fährst Und dann deine Schleifen da drin stecken bleiben Das ist echt nervig Oh, I love it Leute, turn it up, turn it up Und Turn it up, turn it up Oh, I love it Turn it up, turn it up Whoa Oh, I love it Oh, I love it Oh, I love it Ach, ja, Leute Ich muss euch was sagen Also, wie ihr wisst War ich ja bei dem lieben Link Und als ich dann bei ihm war Haben wir ein bisschen Jockt und Jungs raus Wir haben halt nichts groß gemacht Wir haben ein bisschen geredet Und dann sind wir rausgegangen Und haben diese Shorts gedreht Die ihr gerade gesehen habt Und im letzten Teil Könnt ihr ja sehen Wie ich irgendeine Treppe hochgehe Bei der U-Bahn Der, was heißt Treppe? Ich bin eine Treppe hochgegangen Bei der U-Bahn Und nicht in der U-Bahn Aber U-Bahn-Station Ihr wisst, was ich meine Und ich wollte gerade wohin Und das wäre echt cool gewesen Für euch Aber dann ist meine Kamera ausgegangen Leute, ihr wisst gar nicht Wie ich es hasse Ich bin so dumm Ich hätte einfach meine Kamera aufladen sollen Was heißt meine Kamera Und mein Handy aufladen sollen Und Schon mal tut weh Egal, ich muss jetzt die Klinzen davon tragen Und ja Deswegen Gibt es nur diesen kurzen Block Und ja Bitte seid mir nicht übel Aber dafür kommt auch schon Direkt Einen Tag später Wenn dieses Video rauskommt Ich bin mir noch nicht sicher Wann dieses Video rauskommt Geplant war dieses Video am Freitag Oder also Genau Ja Geplant, dass dieses Video rauskommt War ungefähr am Freitag Und genau Also sollte am Samstag Ein neues Video rauskommen Aber wie ich mich kenne Werde ich das wahrscheinlich verpatzen Und würde aus irgendeinem Grund Wahrscheinlich Sonntag Das Video hochladen Und ja Dementsprechend kommt das andere Video Montag Es sei denn, ich schaffe es Wenn ich es schaffe Dann Steht da jetzt Genius Okay Dann würde das jetzt auch geklärt sein Ähm Gut auf jeden Fall Was ich dann danach gemacht habe War nichts Besonderes Ich war dann zum Freund gegangen War ein bisschen gechillt Und ähm Ja Nichts Großartiges Also Ich wollte nur So ein bisschen die Chillzeit Ein bisschen Filmen und alles drum und dran Und dann hätten wir auch irgendwas Verrücktes Wahrscheinlich gemacht Aber Meine Kamera war ja aus Also Schaut drauf Egal Leute Falls euch dieses Video gefallen hat Lasst auf jeden Fall Einen Daumen nach oben da Und bitte abonniert diesen Kanal Und drückt auf die Glocke Damit ihr kein Video mehr von mir verpasst Das war es auch jetzt schon mit diesem Video Ähm Sorry was ich heute ein bisschen Nuschle Und sonst was Nuschle Was heißt Nuscheln Was ich mich verrede Das ich verrede mich andauernd Wie ihr gerade gemerkt habt Egal auf jeden Fall Leute Danke fürs Anschalten Und dann würde ich mal bitte Sagen Was ist los bei mir Danke fürs Zusehen Und dann würde ich mal sagen High Five Bis zum nächsten Mal